Vom 23. bis 26. Februar 2022 wird hier in Berlin im CityCube der 35. Deutsche Krebskongress stattfinden. Sie wissen, es ist der mit Abstand größte nationale deutschsprachige Kongress, der sich mit Krebserkrankungen beschäftigt. Es werden Expertinnen und Experten aus allen Bereichen der Krebsforschung, Krebstherapie hier in Berlin sich gemeinsam versammeln, um über die Zukunft und den Standard der Krebsmedizin zu sprechen. Es werden Expertinnen aus der Pflege kommen, von den Ärzteschaften, von der Forschung und auch aus der Gesundheitspolitik, um gemeinsam über die Zukunft der Krebsmedizin in Deutschland zu diskutieren. Wir werden drei Schwerpunkte auf diesem Krebskongress miteinander diskutieren wollen. Ich als Chirurg möchte gerne einen Fokus auch auf die Schnittstellen in der Krebsmedizin, in der Tumormedizin legen. Schnittstellen zwischen operativ-lokaler Therapie, Systemtherapie, Schnittstellen in unterschiedlichsten Bereichen, auch im Bereich der Überleitung von Forschung in die klinische Patientenversorgung, halte ich für einen wesentlichen Punkt. Und diese Schnittstellen werden wir auf diesem Kongress gemeinsam diskutieren müssen. Weiterhin Interdisziplinarität. Ich als Chirurg in Göttingen erlebe jeden Tag interdisziplinäre Arbeit mit allen Partnern aus der Krebsmedizin, mit Strahlentherapeuten, Onkologen, Pathologen und Radiologen. Und gemeinsam therapieren wir Patienten interdisziplinär. Als dritten Schwerpunkt werden wir auf dem Krebskongress über gesundheitspolitische Veränderungen sprechen müssen. Aufgrund des demografischen Wandels in einem unterfinanzierten Gesundheitswesen werden wir gemeinsam mit Politikerinnen und Politikern auf dem Kongress über innovative Konzepte der zukünftigen Versorgung der Krebserkrankungen und der krebserkrankten Patienten in diesem Land reden müssen. Als Kongresspräsident würde ich mich sehr freuen, Sie hier in Berlin begrüßen zu können, um gemeinsam über diese brennenden Fragen zu diskutieren und gemeinsam die Zukunft der Tumormedizin in Deutschland gestalten zu können. Herzlich Willkommen!